Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesdaro am 31. Oktober 2017 Die Kraft Wir sollen heute die Frage stellen, wo liegt meine Kraft? Oder wo kann ich mich einsetzen? Wo kann ich Kraft und Mut zeigen? Weil wir werden heute Entscheidungen treffen. Oder befinden wir uns in einer bestimmten Situation, wo wir uns beweisen sollen, auch mal Kraft zeigen oder mutig zu sein. Oder mal Nein zu sagen. Aber wir sollen auch heute die Umgebung beobachten. Die Ereignisse oder die Menschen. Weil es kann passieren, dass etwas oder jemand unsere Kraft nimmt. Und wir sollen nicht zulassen, dass jemand unsere Kraft raubt. Weil wir benötigen diese Kraft für uns selbst. Diese Energie, diese Daro-Energie ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, in welchem Energie Sie momentan befinden? Oder wie soll es weitergehen? Wie sollen Sie Ihre Entscheidungen treffen? Oder haben Sie schon die Entscheidung getroffen? Aber Sie brauchen noch eine Bestätigung, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Oder es sind Fragen, wie kommt er zurück? Sehe ich ihn in kommenden Tagen? Kann ich in dieser Arbeit bleiben? Was denkt meine Freundin über mich? Oder werden wir uns versöhnen? Werde ich umziehen? Bestehe ich diese Prüfung? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich diese Selbstständigkeit starten? Soll ich diese Reise buchen? Oder soll ich dieses Buch kaufen? Und, und, und. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft. Es sind aber auch wichtige Fragen. Und das zu beantworten, empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mail persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.